Die Welt sieht bullisch aus. Offensichtlich schauen die Bullen durch eine rosarote Brille aktuell und sagen, ach was, alle möglichen Problemmöglichkeiten, die es da gibt, die stören uns nicht. Im Gegenteil, die Kurse gehen nach oben. Und das ist für uns Charttechniker eigentlich ein ganz angenehmes Zeichen, denn wenn die Märkte richtig schön nach oben gehen und dabei keine negativen Szenarien aufbauen, also keine Anzeichen für einen Dreh andeuten, ja, das ist die schönste Situation. Um dann zu sagen, na gut, da lassen sich doch Long-Situationen finden. Der Russell hier, der Russell 2000 Mini-Future, ihr seht das hier, RTY, das Kürzel dazu, hier könnt ihr das immer so ein bisschen verdeckt im Hintergrund erkennen. Oben links im Wochenchart, Tageschart, 4-Stunden-Chart und hier nochmal im 5-Minuten-Chart, bietet eigentlich ein wunderschönes Szenario, denn wir hatten, ihr sehen das hier im Tageschart, wir haben ja ganz häufig drüber gesprochen, einen wunderschönen Schub nach oben, einen tollen Anstieg. Wo man wirklich sagen kann, okay, so sieht es nicht aus, wenn der Kurs nur korrektiv nach oben geht. Die Abwärtsseite hingegen, ihr seht das hier im Tageschart, ich habe da mal so einen Trendkanal hier, so im Vergleich nochmal im 4-Stunden-Chart, da sieht man ein bisschen mehr die Details. Das sieht so korrektiv aus und hat eigentlich, ja, ein ganz klares Zeichen, das ist die falsche Richtung. Das ist natürlich so toll mit unserer Abrall-Marke da unten gepasst hat, das ist natürlich nicht immer vorhersehbar, wir hatten ja in etwa, als es so war, hatten wir diese Linie gezeigt und haben gesagt, eigentlich müsste da nochmal hinkommen. Naja gut, das war jetzt eine Punktlandung, das ist aber auch natürlich nicht immer so, also bitte nicht da den falschen Eindruck haben, Mensch, klasse, diese Linien, das klappt ja immer perfekt. Aber es klappt halt so häufig, dass man das Ganze im Hinterkopf haben kann und zumindest als Orientierung vorsichtig, da entscheiden Marktteilnehmer eventuell neu, das ist vielleicht ja gar kein schlechter Hinweis. So, und jetzt haben wir aber eine spannende Situation. Warum? Denn wir haben das letzte Zwischenhoch durchstoßen, wir hatten letzte Woche noch drüber gesprochen, haben wir gesagt, Mensch, wenn das Hoch vom 4. Oktober durchstoßen wird, das ist dann das letzte Tief, das vorletzte Tief und das Hoch dazwischen. Ja, nochmal, das letzte Tief hier, das vorletzte Tief hier, das Hoch dazwischen. Wer jetzt sagt, naja, aber hier war doch höher, naja, aber der war ja tiefer. Also innerhalb der Abwärtsbewegung, und die Korrektur ist ja von da nach da, innerhalb der Abwärtsbewegung ist das das letzte Tief, das vorletzte Tief, das Hoch dazwischen. Ja, also insofern wäre das unsere, oder eine unserer Marken, um entsprechend in den Markt reinzukommen. Ich weiß, für viele ist das natürlich in diesen Märkten ein bisschen arg weit weg. Oh Gott, oh Gott, ich kann doch keinen Punkte, keinen, keinen 50 oder 100 Punkte Stopp hier setzen. Naja, einige sagen, das geht unter Umständen schon, aber das wäre Variante 1. Wer jetzt aber so ein bisschen genauer hinguckt, ich mache mal das ein bisschen größer, der hat den Verdacht. Wir sind doch jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Ja, und das sieht doch schon wieder so halbwegs aus, als ob wir hier, ich mache das mal andeutungsweise, weil noch ist es ja noch nicht fertig, dass wir hier diesen ersten Impuls bekommen. Und auch wenn der irgendwann mal wieder eine Korrektur auf der kleineren Ebene macht, also quasi nicht auf der großen Ebene, sondern hier dann auf der kleineren Ebene das macht, dann würde sich da nochmal eben eine Einstiegsmöglichkeit bieten. Also wer hier im kurzfristigen geguckt hat, prallt ja da wirklich ab und gesagt hat, Mensch Klasse, das nutze ich mal, alles gut. Wer das Zwischenhoch hier genutzt hat und gesagt hat, das nutze ich mal, alles gut. Trendlinie kann man theoretisch auch machen. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan, die meisten von euch wissen das. Das liegt häufig eben am Ablesefehler. Wo hat er sie denn durchstoßen? Müsste ich da nicht durch die Hochs irgendwie durchgehen? Guck mal, da hat es hier oben gut gepasst, allerdings hat es unten nicht gut gepasst. Hier hat es jetzt unten da gepasst, aber oben auch nicht so richtig. Da kann man eine Stunde drüber diskutieren. Oder müsste ich nicht das irgendwie so machen? Oder welche Linie nehme ich denn da? Darüber kann man diskutieren. Es gibt da verschiedene Meinungen, die sind auch nachvollziehbar. Aber da lasse ich mich nicht auf eine Diskussion ein. Das ist mir zu vage. Aber ich weiß, einige nutzen das. Die sind dann froh, dass sie gelungen sind. Wer es bisher nicht ist und sagt, Mensch, kann ich da noch was machen? Die nächste Chance droht ja schon wieder, wenn nach diesem starken Anstieg ein korrektiver Rücksetzer im kleineren Chart, 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart unterwegs ist, bietet sich da die Möglichkeit ebenfalls wieder an. Also wir sehen das hier nochmal. Das ist im 5-Minuten-Chart. Hier ist noch das Ende sozusagen, das was wir hier haben, der Abwärtsbewegung. Hier war der Tiefpunkt und dann haben wir hier vorne eine Pause gehabt. Das hat auch ein bisschen was mit Nachthandel zu tun, dass es dann so ein bisschen sich verschiebt. Aber man kann durchaus sagen, dass die Aufwärtsbewegung jetzt nicht wirklich sehr korrektiv aussieht bei den Schüben, die wir da haben. Und das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass der Markt Lust hat auf mehr, keine große Sorge sieht. Und wenn das nächste Mal eine Korrektur, Abwärtskorrektur eben erscheint in die typischen Zonen, das können wir dann die nächsten Stunden oder Tage immer mal wieder im Blick haben, dann lässt sich da vielleicht was draus machen. Ja, welche Nachrichten kommen denn in den Markt? Das ist ja mal unsere Montagsfrage. Wir werden diese Frage um 18.30 Uhr heute am Montag live beantworten. Wenn ihr sagt, Mensch, es ist schon zu spät, jetzt sehe ich dieses Video erst nach dem Event, guckt euch gerne auch die Aufzeichnungen an. Ich werde ganz am Ende dieses Videos, in den letzten 10, 20 Sekunden, das Video von heute Montagabend 18.30 Uhr, der Wochenausblick, den werde ich dort verlinken und als ersten Kommentar, sodass ihr das wiederfinden solltet und dann entsprechend sehr gerne mit dabei sein könnt, heute Abend um 18.30 Uhr. Denn diese Woche gibt es schon ein paar wichtige Highlights, die vielleicht einige nicht auf dem Plan haben. Die Earnings Season beispielsweise hat begonnen. Nicht die ganz großen Highflyer, aber wichtige Titel sind da auf der Liste mit dabei. Das werden wir uns natürlich angucken. Wir haben gerade auch in der zweiten Wochenhälfte, ach was erzähle ich, erst noch am Mittwoch ein bisschen was von den Notenbanken zu hören. Wir haben insbesondere am Freitag ganz wichtige Daten, die anstehen, vorher auch noch. Also das sollten wir uns auf jeden Fall angucken, denn die Daten, die werden von den Marktteilnehmern natürlich gemäß der aktuellen Stimmung interpretiert und im Moment ist die Stimmung gut. Wir sollten aber wissen, wenn es einen Stimmungswechsel gibt, dann sollten wir wissen, oh, dann können diese Daten gefährlich sein oder wenn es keinen Stimmungswechsel gibt, dann kann das sozusagen der neue Wind unter den Flügeln sein, der die Märkte dann erst recht nach oben zieht. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass wir da eine Menge ableiten können. Schaut euch das sehr gerne an, auch wenn ihr dieses Video jetzt vielleicht sehr verspätet guckt. Die Aufzeichnung des Montags-Wochenausblicks ist auch am Dienstag und Mittwoch noch aktuell, denn die Daten am Freitag, wenn ihr die wisst oder verpasst, kann es teuer oder eben schade sein. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr das im Blick habt. Na gut, also der Russell sieht gut aus. Wie sieht es denn bei den Kollegen aus? Die sind natürlich auch erstmal, generell gesprochen, heute auch nach oben gegangen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Der Nasdaq, wir sehen das hier auf Tagesebene eben immerhin eine grüne Kerze, auch wenn sie jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt. Man sieht also jetzt nicht wirklich, dass da Panik oder Schwäche ist. Aber ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass eine Seitwärtskorrektur dieser Art nicht völlig abwegig ist. Das ist keine Ankündigung, dass das passiert. Ihr solltet nur darauf vorbereitet sein, dass das passieren kann. Was müsste passieren oder wie können wir frühzeitig erkennen, dass dieses Szenario nochmal gespielt wird? Beim Nasdaq und bei den anderen Playern. Dann müsste die Abwärtsseite möglichst stark sein, weil klassischerweise gerade diese hintere Welle in der Regel dann wie ein Impuls aussieht. Also quasi wie so eine Linie runtergezogen. Unter der Lupe ist das dann möglicherweise schon aufsplittbar. Zum Beispiel das, was wir jetzt sehen, hat immer noch die Möglichkeit, das zu werden. Also wenn wir jetzt hier einen Fünffeller sehen, überlappungsfrei, anschließend korrektiv nach oben, dann ist ja mindestens nochmal diese Bewegung zu erwarten. Und dann können wir uns überlegen, gefällt uns das bullische Bild noch oder kommen wir zu sehr in eine Überschneidung mit vorangegangenen Pausen. Denn wir dürfen nicht vergessen, ich mache das mal groß, hier den 5-Minuten-Chart beim Nasdaq. Wir hatten neulich immer wieder darüber gesprochen. Es sieht alles abwärtsseitig, es sieht ganz schön korrektiv aus. Manchmal kann man es nicht gut erkennen oder erst vielleicht im Nachhinein. Aber alle Abwärtsseiten sehen hier korrektiv aus. Dann hatten wir hier wieder einen starken Anstieg. Die Abwärtsseite sieht korrektiv aus. Also nicht die richtige Richtung. So folgerichtig ist der Kurs nach oben gegangen. Was ich jetzt nicht so toll finde, ist, wenn der Kurs hiermit überschneidet. Ich fände es das bullischere Bild, das bessere Bild, wenn der Kurs oberhalb dieser Hochs bleibt. Wir sind beim Nasdaq. Das ist jetzt der Future-Kurs. Das ist 11. Oktober nachmittags, zur Not auch der Abendkurs. Ich würde im Zweifelsfall aber diesen hier sogar nehmen. Also wenn er den durchstößt, das ist beim Future 20.480 in etwa. Wenn er da drunter geht, dann muss man sich die Frage stellen, ist das noch der bullische Markt, den ich mir vorstelle? Ist das noch ein Bild, das gemäß eines Impulses so aussieht? Wir hatten es eben gerade beim Russell 2000 angeguckt. So sieht ein toller Bullenmarkt aus. Noch ist das möglich. Wenn er bald jetzt hier die Kurve kriegt, alles safe. Aber wenn der jetzt hier tiefer geht noch, dann sieht das Bild letztlich so aus, dass wir irgendwelche Überschneidungen hier haben. Und dann ist das bullische Bild mindestens mal angekratzt. Und dann kommen wieder die Termine der Woche. Wenn das Bild angekratzt ist, heißt das, die Marktteilnehmer haben nicht mehr den Druck nach oben. Wenn sie nicht mehr den Druck nach oben haben und dann kommt eine enttäuschende Nachricht. Da schauen wir uns ja an. Was stehen wann an? Wenn dann so eine enttäuschende Nachricht kommt, was bedeutet das nachher für den Markt? Wie kann sich das Ganze ganz schnell entwickeln und immer dran denken? Das übergeordnete Bild, dass der Kurs hier reinfällt, nochmal 19.700 in etwa, ist nicht weg. Allerdings, für die Berufswullen unter euch, das ist noch kein Drama. Denn das wäre immer noch möglich, dass das einfach nur eine Seitwärtskorrektur ist und der Kurs anschließend noch nach oben geht. Das wird aber erst hier unten entschieden. Oder ob die Marktteilnehmer nicht vielleicht doch noch Interesse haben und sagen, wir machen das. Das wird hier entschieden und werden wir intensiv uns angucken natürlich. Aber wir müssen damit rechnen. Bitte seid niemals so arrogant oder so leichtgläubig dem Markt gegenüber. Nee, nee, das ist völlig absurd. Das kann ja nur nach oben gehen. Das ist nicht zwingend, dass das passiert. Damit wir es aber frühzeitig erkennen, achtet auf Zeichen wie diese. Das Hoch, was ich hier gesagt habe. Was mich ebenfalls in Sorge bringen würde, ist, wenn wir hier eine Bewegung haben, die fünfwellig runter geht, sehr korrektiv nach oben geht, das wäre ja umgekehrt zu dem, was wir hier vorne haben, dann die nächste realistische Chance, dass wir hier nochmal runter gehen. Und die wiederum würde dann ja zum Beispiel solche Marken brechen und damit das Türchen für die Zone, die wir hier genannt haben, schnell wieder aufmachen. Das ist kein Drama. Also es ist, ich mache mal bewusst hier nochmal die andere Alternative. Aber welche von diesen beiden, hoch oder runter, das wird da unten dann entschieden, möglicherweise auch mit den Freitagsdaten, die da kommen. Mal gucken, vielleicht dauert das auch ein paar Tage länger, dass es sich noch bis nächste Woche hinzieht. Nächste Woche sind ein paar wichtige Earnings dran von den großen Nasdaq-Titeln. Das ist aber erst nächste Woche. Diese Woche sind die noch nicht dran. Diese Woche sind ein paar andere Titel dran. Und wie gesagt, ein paar Daten, die in dieser Woche nochmal durchschlagen können an der Stelle. Die Notenbank scheint aber zumindest mal, die Notenbank-Situation scheint erstmal ein bisschen entlastet zu sein. Auch das werden wir uns heute Abend angucken. Da werde ich dazu ein paar Worte verlieren, warum das der Fall ist, warum ich davon ausgehe und wie sich da die Entwicklung gerade zeigt. Na gut, also ihr seht, ich bin so ein bisschen, was macht ihr da beim Nasdaq? Ich will jetzt nicht ihr Umrufer sein, so schlimm ist es noch nicht. Aber besser ist weniger Rücksetzer als mehr. Also damit müssen wir rechnen. Also der Bruch dieser Marke ist nicht zwangsläufig, dass der Kurs da runterläuft. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber damit ist das aktuelle starke Aufwärtsmomentum erstmal eingefangen. Also damit müssen wir rechnen, dass das zumindest erstmal den großen Schub nach oben deutlich einbremsen würde und die Türchen nach unten wieder aufmacht, insbesondere wenn die Nachrichten schlecht sind. Vielleicht heute Abend, Fleißarbeit, um 0 Uhr gucken, ist das vielleicht sogar eine Umkehrkerze. Auch die heißt jetzt nicht, dass es für immer einen Bärenmarkt gibt. Es ist auch realistisch, dass es eben dann tatsächlich nur bis hier runter kommt oder vielleicht auch weniger, aber bis da in die Ecke irgendwie runter kommt. Das wäre etwas, aber die ist noch zu früh. Diese Kerze ist ja noch mitten am Tag. Also das wird erst um 22, äh quasi um 24 Uhr relevant, wenn diese Tageskerze dann wechselt in die nächste. Aber jetzt schon mal, das droht ein bisschen in die Richtung zu gehen. Achtet mal da drauf, ob das vielleicht tatsächlich eine Umkehrkerze ist. Wer Umkehrkerzen handeln mag und wer im Blick hat, dass dieses Szenario noch ist und das mal ausspielen will, hat sicherlich eine gute Chance-Risiko-Verhältnis für diese Idee. Allerdings müsst ihr dann heute Nacht um 24 Uhr dann eben hellwach sein, um zu sehen, ob es dieses Szenario dann tatsächlich wird oder nicht. Der S&P dagegen sieht ganz gut aus. Gucke ich mir den an, dann hat man den Eindruck, Mensch, hier sieht es doch gar nicht so übel aus. Im Gegenteil, der klettert weiter. Also der S&P emanzipiert sich. Das könnte auch mit den Daten dieser Woche noch zusammenhängen oder der Erwartungshaltung. Denn hier ist der Einfluss auf den S&P von anderer Seite, nicht so sehr von der Tech-Seite, von anderer Seite gegebenenfalls nochmal zu erwarten, dass der Markt, also hier dieses Schwäche-Bild, was ich hier mal andeute, immer weniger wahrscheinlich wird. Es ist noch nicht weg. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber diskutiert im Umfeld dieser blauen Marke. nochmal genau hingucken. Aber wenn wir da jetzt auch nonchalant durchgehen, ja, dann würde ich fast sagen, ist dieses Abwärtsszenario schon erstmal rum. Und wir sind weiterhin erstmal auf der Aufwärtsbewegung und können davon ausgehen, dass das hier erst nochmal weiterläuft. Es gibt noch keine Anzeichen dafür. Also bitte das nicht misinterpretieren. Ich muss das immer wieder sagen, weil viele dann denken, Mensch, jetzt hast du das doch gezeichnet. Du glaubst also, der Kurs geht da runter. Nee, ich glaube das nicht. Und wir sind nach wie vor mit unseren Aktien weitestgehend auf der Long-Seite. Wir haben auch ein paar Shorties, aber weitestgehend sind wir auf der Long-Seite. Ich fände es also gar nicht schlimm, wenn es nach oben geht. Aber ich muss als vernünftiger Manager eines Portfolios oder eines Handelskontos, eines Trading-Kontos immer wissen, kann das passieren? Wäre das schlimm für meine Position? Kann ich mir das Margin-mäßig leisten? Kann ich mir das Rücksetzer-mäßig leisten? Will ich mir das leisten? Und dann kann ich meine Entscheidung fällen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere sagt, das ist schon okay, setze ich aus. Kann sein, dass ein anderer sagt, nee, nee, dann nehme ich lieber die Gewinne mit und mache später die Position wieder neu auf nach dem Rücksetzer. Das ist sehr individuell, aber ich muss es euch ja zeigen oder ich möchte euch zumindest darauf vorbereiten, dass das passieren kann. Damit ihr die für euch sinnvolle Entscheidung fällen könnt, gehe ich das Risiko ein, bleibe ich lieber drin, nehme ich mit oder nutze ich die Chance, später nochmal günstiger einzusteigen oder nutze ich die Chance für ein Short? Auf Tagesebene keine Anzeichen. Montag muss man nicht auf den Wochenkerze gucken. Also die Vorwoche war auch nicht schlimm. Also nichts Negatives. Vier-Stunden-Chart gibt es beim S&P nichts Negatives. Und hier anders als der Nasdaq, den wir eben angeguckt haben, sieht das Bild alles andere als jetzt wirklich dramamäßig aus. Also beim S&P, der scheint sich ein bisschen zu emanzipieren in den letzten Tagen und Wochen. In der Vergangenheit war er sehr, sehr ähnlich wie der Nasdaq. Inzwischen muss man fast sagen, das entwickelt sich ein bisschen anders. Also da nicht wundern, wenn die nicht zwangsweise immer händchenhaltend laufen und exakt gleich. Hier sieht das Bild nicht so negativ aus. Im Gegenteil, wenn das jetzt hier vielleicht so ein schöner ABC, da darf er nochmal einmal tiefer gehen. Das wäre immer noch dreiwellige ABC. Trigger hier oben, Umkehrkerzen in der Symmetrie, wären alles eher Long-Einstiege. Also insofern, dieses Szenario scheint sich nicht zu bestätigen aktuell. Es hatte sich auch vorher nicht bestätigt. Das war immer nur eine Gefahr. Es gab aber keine dramatischen Rücksetzer, die darauf hinwiesen. Also insofern schön, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir vorbereitet waren, dass wir im Zweifelsfall gewusst hätten, Notfallplan was ist. Aber es scheint sich aktuell zumindest mal nicht zu materialisieren. Wir werden es im Auge behalten, falls sich das ändern sollte. Ja, der Dow Jones, der ist ähnlich tapfer unterwegs. Ihr seht das hier. Vier Stunden Kerze, wunderschön, zieht es gerade nach oben. Auch hier gab es weder einen Wochenchart noch einen Tagesschart. Irgendwas, was auf die negative Seite ist. Dieses Bild ist allerdings auch hier noch nicht obsolet. Es ist immer noch möglich, dass das passiert. Also ausschließen könnt ihr das noch nicht. Aber es gibt im Moment dafür keine Anzeichen. Und solange es weiter, die Abwärtsseite, ihr könnt ja noch mal gucken. Aufwärtsseite stark, Abwärtsseite wackelig. Jetzt hatten wir hier eine Bewegung. Das ist Abwärtsseite. Ist das eher korrektiv? Ist das impulsiv? Hier kann man jetzt verschiedene Art und Weisen, ob man das dann noch mitnimmt. Aber egal wie ihr das seht, das sieht alles korrektiv aus. Das macht alles keinen Eindruck einer starken Bewegung. Hier hinten ist ein bisschen ausgefranst. Ich habe es lieber, wenn es ein bisschen deutlicher ist, so wie wir das hier haben. Da haben. Das ist noch schöner. Oder hier haben. Aber nichtsdestotrotz, der Zug ist noch da. Und wenn ich jetzt mal sehr vereinfacht. Ich weiß, ich vereinfache jetzt ein bisschen. Aber ihr könnt im Zweifelsfall, ich zeige euch mal einen Indianertrick. Kneift mal die Augen zusammen und schaut mal so ein bisschen einfach so zwischen den Wimpern durch. Dann sieht man die Details nicht so sehr. Dann würde man vereinfacht sagen, hier war ein Knubbel. Hier war ein Knubbel. Und wenn ich jetzt Augen wieder aufrichte, das ist ein Fünfweller. Das sieht immer noch gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das vielleicht der letzte Fünfweller und danach geht ein Abschuss nach unten. Das ist gar nicht so abwegig, denn wir hatten hier schon eine Korrektur. Und der Verdacht ist, dass wir hier Pause, hier Pause, hier. Ihr seht, das ist das gleiche Konzept wie hier, nur eine Nummer größer. Dass das hier quasi so der hintere Teil schon ist, dieser Bewegung. Ganz ausschließend würde ich das nicht. Möglicherweise in Verbindung mit hier. Also, dass wir tatsächlich am Ende dieser Aufwärtsbewegung sind, würde ich nicht komplett abstreiten. Insbesondere, weil er hier schon ausgefranster wird. Deshalb ist es jetzt wichtig, insbesondere für euch Intraday-Händler oder die, die ein bisschen genauer hingucken wollen und können. Schaut mal, was er hier macht. Das muss nicht hier sein. Wenn er jetzt noch weiter klettert, dann wandert diese Kiste natürlich nach oben. Aber wenn er irgendwann jetzt mal runterkommt, achtet drauf, ist das korrektiv, dann bleibt es vorläufig erstmal die Longseite. Dann müssen wir da keine Sorge haben. Wenn er allerdings weit runter geht, als Orientierung ist er immer, denkt da dran, so die Hälfte, das sind hier so die Zonen, wo Fibonacci gerne ist. Ich mache es mal mit Fibonacci. Es ist vielleicht ein bisschen früh, das jetzt einzuzeichnen, weil möglicherweise, bis ihr das Video seht, haben wir ein neues Hoch. Da müsst ihr es natürlich neu einzeichnen. Es geht jetzt nicht um die exakten Linien, es geht um dieses Prinzip. Wenn ihr seht, dass er in diese Kiste, also in diese drei Linien hier, sehr korrektiv geht. Puh, alles nochmal gut gegangen. Ich kann sogar nochmal Long starten hier. Wenn ihr seht, dass er in diese Kiste fast schon einwellig reingeht und ihr den Eindruck habt, oh Mist, das fällt ja wie ein Stein. Da rein. Dann ist natürlich der Verdacht sehr schnell, wenn dann auch noch die Gegenseite korrektiv ist, dass wir das bekommen. Und dann sind wir zu tief für ein bullisches Szenario. Dann eröffnen sich sehr schnell die bärischen Szenarien. Deshalb ist das mit den Fibos eine gute Orientierung. Wer jetzt der Fibos nicht mächtig ist oder irgendwie unterwegs ist und sagt, ich kann die gerade nicht zeichnen, dann macht halt die Hälfte dieser Marke. Und wenn er auf die Hälfte mehr oder weniger senkrecht runterfällt, ist er schon verdächtig. Und wenn er mehr als die Hälfte und senkrecht runterfällt, sehr verdächtig. Insbesondere, wenn es dann korrektiv nach oben geht. Das ist so eine Daumenregel, mit der man zumindest mal schon mal so einen Schnellcheck machen kann. Wenn er ungefähr die Hälfte ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und da allerdings sehr korrektiv reingeht, dann könnt ihr sagen, hey, ist da noch alles in Ordnung? Da kann ich doch noch mal, soll ich nicht noch mal versuchen? Einmal geht noch. Also insofern, die Bullen sehen es immer noch durch ihre rosa-rote Brille. Das ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es auch nichts zu maulen. Einige werden jetzt schimpfen, wieso? Das sieht doch aber auch toll aus. Ja, klar, tut es ja auch. Dann gibt es also im Moment nichts dagegen auszusetzen, dass der Markt so tapfer nach oben geht. Wie sieht es beim DAX aus? Auch hier ist dieses Bild nicht gänzlich vom Tisch. Auch hier gilt allerdings, das ist der FDAX jetzt, der DAX Future. Auch hier gilt, dass dieses Szenario möglich ist, weder im Wochenchart noch auf Tagesebene, noch im 4-Stunden-Chart, noch hier gibt es Anzeichen dafür. Wenn Anzeichen, müssten die so aussehen und so aussehen, solange das nicht der Fall ist. Also hier sah es mal so aus. Das ist ein gutes Beispiel. Guck mal, Rüdiger, da war er doch genau. Ja, aber er hat nichts auf der Unterseite getriggert. Er ist dann irgendwann, hat er gesagt, jetzt starte ich durch. Ja, also insofern, das ist sicherlich nicht jetzt etwas, was jetzt für die Short-Seite, also das hätte für die Short-Seite sprechen können, aber der Markt hat es nicht machen wollen. Und wer jetzt sagt, naja, aber Rüdiger, ich bin ein bisschen aggressiver, ich wäre vielleicht sogar schon hier reingegangen, dann hätte ich verloren. Ja, das kann sein. Über aggressive Einstiege kann man sich streiten natürlich, aber ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr solche aggressiven Einstiege macht, euer Risiko wäre das. Euer Ziel wäre mindestens hier, vielleicht sogar da unten gewesen. Das heißt, ihr seht, wie wenig ihr riskiert hättet im Verhältnis zum Mindestziel und den potenziellen Ziel und noch tiefer da unten drunter. Dann darf man auch zwei, dreimal daneben liegen. Das ist dann schon in Ordnung. Ja, also wer jetzt dann so aggressive Einstiege da versucht, also aggressive Einstiege, wo der Kurs sehr hoch gelaufen ist und dieser Punkt sehr eng an dem Hochpunkt liegt, das ist ähnlich wie bei den Umkehrkerzen. Umkehrkerzen haben ja auch nicht das höchste, die höchsten Trefferquoten. Ja, dass viele denken immer, ja, die haben die hohen Trefferquoten, weil ich das immer wieder sehe, dass das gut funktioniert. Ja, aber viele, die nicht gut funktionieren, die da mittendrin liegen, die seht ihr nicht oder nehmt ihr nicht wahr. Das klappt also längst nicht immer. Aber wenn ihr dann mal einen solchen habt und den nehmt ihr dafür eine gewisse Zeit, habt ihr ein Vielfaches eures Risikos und könnt euch auch drei, vier Negativ-Trades dann erlauben und habt immer noch Gewinn übrig, weil einzelne davon dann natürlich sehr weit laufen. Also wenn ihr hier den zum Beispiel gesagt habt, den nehme ich nur mal als irgendein Beispiel oder diesen hier, ja, das ist kein guter hier, weil der Kurs nicht von oben kam, aber hier, ja, so richtig toll von oben kam er auch nicht. Aber nehmen wir andere Beispiele mal oder dieser hier, dann seht ihr, Mensch, wenn er dann mal läuft, dann ist, oder hier dieser hier zum Beispiel, wenn er dann mal läuft, dann ist natürlich das Potenzial relativ hoch. Das ist bei diesen etwas aggressiveren Einstiegen ebenfalls. Vielleicht ein extra Thema an anderer Stelle. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ihr vergesst bitte nicht, hier die Einblendung nochmal, das Wochenausblicksvideo mit mir anzugucken. Wichtige Termine auch diese Woche, die man nicht verpassen sollte. Es kann gefährlich sein, wenn man solche Termine verpasst oder schade, weil die daraus resultierenden Bewegungen einfach Spaß machen. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.